Das Rauschen des Flusses ist wie der Rausch. Er fließt in uns hinein, fließt durch uns durch und verändert unser Bewusstsein. Wir Menschen suchen das Außeralltägliche. Wir suchen das Besondere, das was unserem Leben ein Stück weit auch Halt und Hafen, zugleich aber Abenteuer bietet. Menschen gehen hier spazieren, weil das Rauschen sie fasziniert. Menschen gehen auf den Berg, weil der Rausch, der Höhenrausch sie fasziniert. Menschen suchen sexuelle Begegnungen, weil es berauschend ist. Und ich glaube, dass genau die Suche nach dem Außeralltäglichen uns Menschen ausmacht, dass das Umgehen mit diesem Außeralltäglichen Kultur ausmacht. Es gibt eine Kultur im Umgang mit Rausch und Risiko. Die wollen wir lernen und vermitteln. Ich bin Rausch- und Risikopädagoge. Mit etwa 100 Kollegen im deutschsprachigen Raum gemeinsam bilden wir den Reflecting Pool. Reflecting ist ein pädagogischer Handlungsansatz, der sich zur Aufgabe macht, den Umgang mit Rausch und Risiko so zu kultivieren, dass er möglichst gesundheitsfördernd ist. Das ist das Konzept von Reflecting, das davon ausgeht, es braucht drei Kompetenzen, um mit Rausch- und Risikosituationen umzugehen. Den Break als Vorbereitung, die Entscheidung, wo bin ich, in welchem Umfeld, mit wem bin ich, wie bin ich drauf. Und dann die Entscheidung zu treffen, lasse ich mich auf das Risiko ein oder nicht. Look at your friends als zweite Kompetenz ist jene Kompetenz, auch in dieser Erfahrung des Außeralltäglichen aufeinander zu schauen und miteinander Balance zu suchen und sich nicht zu pushen. Und Reflect als dritte Kompetenz ist jene, das, was ich gestern Abend erlebt habe, heute in der Kommunikation in mein Leben so zu integrieren und wir als Gruppe in unser Leben so zu integrieren, dass wir daraus Lernerfahrungen ziehen. Das tun Kulturen seit Tausenden von Jahren, die keine Suchtprobleme haben, weil hier offensichtlich die Balance gelingt. Das tun Extremsportler, bevor sie sich in Risikosituationen begeben. Parcours ist eine Risikosportart. Da bewegt man sich ganz bewusst an die Grenzen des eigenen Könnens, um das eigene Können zu erweitern. Und das ist Reflecting pur. Bewusst sich auf eine Situation vorzubereiten, an die Grenze zu gehen, die Grenze zu erweitern und das in den Alltag wieder zurückzuführen. Wenn du Risiko übernimmst, dann reflektiere. Es ist ein Kunstwort, das Risiko und Reflexion zusammenführt. Dann also schaff eine Kultur der Vor- und Nachbereitung. Reflecting hat einen Handlungsansatz entwickelt, der inzwischen im ganzen deutschsprachigen Raum eine Form von neuer Bewährungspädagogik mitgestaltet. 120 Kollegen und Kolleginnen haben die Reflecting-Ausbildung gemacht und sind als risikopädagogische Begleiterinnen in Jugendzentren, Sportvereinen, als Verkehrspsychologen auf Weingütern, in Präventionsstellen unterwegs, arbeiten mit Jugendlichen oder mit denen, die sie begleiten im Trainer-Trainer-Maßnahmen. Die Arbeit von Gerald ist, dass er Prävention in verschiedensten Richtungen macht und die Leute vernetzt und ihnen auch Ideen gibt, dass sie Projekte weiterentwickeln, mitentwickeln und Dinge auf die Füße stellen. Durch diese Arbeit haben wir wirklich gemerkt, dass die Jugendlichen sich Gedanken machen und ihr Verhalten verändern, Richtung Sucht und ja, das ist ein toller Erfolg für uns. Ja, seine Arbeit ist österreichweit und europaweit sehr wichtig, dieses Thema zu sensibilisieren, über dieses Thema offen zu reden, Lösungsvorschläge aufzuzeigen und Gerald Koller hat ein großes Netzwerk, von dem wir alle profitieren können. Risikokompetenz ist also die beste Möglichkeit der Gefahrenprävention. Wer aber sich nicht ins Risiko begibt, wer nicht wagt, wer kein Wagnis eingeht, wird auch nie in die Waage kommen, in die Balance, um die es uns doch allen in Leben geht. Leben, lustvolles Leben, Leben im Balance, gesundes Leben braucht Vielfalt. Wir sehen uns das nächste Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020